ein wunderschönen tag und herzlich willkommen zurück auf der arc hier ist euer spooky vf mit survival evolved und der primitive plus mod und da ist wir waren dabei in der letzten folge war es ja spektakulär wurden von allem angegriffen was sich hier bewegt auf der insel und da liegt unser t-rex und da oben liegt unser kano irgendwo das seht ihr jetzt gerade nicht von hier aber wir gehen erstmal noch mal zum t-rex der sollte eigentlich hoffentlich zuerst fertig sein ist ja nur level 2 ja und der hat war sehr prächtig guck mal hat der cn 60 prozent das heißt ja kriegt 20 prozent beim futtern vermutlich und ja ich hoffe mal den brauchen wir nicht mehr zu füttern nicht mehr zu betäuben brauchen wir nicht er hat ja schon über die hälfte und ist immer noch also über die hälfte bewusstlosigkeit und über die hälfte gezähmt das heißt wir brauchen das eigentlich nicht mehr langsam werden die dinos teuer die fressen ja auch immer mehr je mehr wir haben und deswegen müssen wir mal brauchen auch so was wie in rex damit wir mal schön auf nahrungssuche gehen können wo sind der kano dass der baum hier flattert ist wohl kein böser dino oder da ist der kano er liegt so geil da ich 57 prozent ich glaube auch den brauchen wir nicht mehr den haben wir schon betäubt deswegen ist es ein bisschen deswegen müssen wir gucken aber ich glaube nicht dass wir die noch bedeuten müssen es sollte eigentlich fit sein herstellung genau feile wollte ich ja hier unten noch mal aufziehen damit wir wieder feile herstellen können da können wir ja eigentlich in der zwischenzeit ein bisschen zeug für feile farben stroh brauchen wir dafür fahr so einen hat mal glaube ich hoffe ich mal galimimus der macht mich auch ganz verrückt da unten mit seinem rumgewatschel wie sieht es denn hier aus ja gut unsere rüstung ist auch im arsch ne war ja auch der der rex dran schuld äh ne der kano war dran schuld oder der raptor danach oder sagen wir mal besser gesagt alle zusammen waren dran schuld sind alle schuld fasern haben wir doch gar nicht mehr so viele nämlich keine mehr dann würde ich ja mal sagen tausche ich mal die bolle ist natürlich gerade lebenswichtig die axt auch die knarre eher nicht weil wir haben den pfeil und bogen und mit dem ist besser knarre macht zwar einen ganz guten der mensch aber nicht so viel jetzt fehlen uns glaube ich die fasern feuersteine immer noch ich hatte gar wir haben noch keine fasern mehr oder haben acht da sind noch okay und dann holen uns noch gerade eine portion fasern und da können wir die sicher noch mal tauschen gegen die pistole sicherer ist man das schon nicht dass du irgendwas fieses hier her schleppst irgendwelche fiesen dinosaurier krankheiten hier kloppenfasern und wir gucken den kanu beim schlafen zu was mich wundert dass wir überhaupt nicht betäubt wurden vom kanu weil der macht normal torben damage wenn er uns stößt mit seiner stoßattacke oder macht er das nicht oder war das nur der alpha kanu weil ich weiß nämlich dass ich auf jeden fall mal eingeschlafen bin als mich ein kanu angegriffen hat das ist was wir brauchen geht hier machen das einfach so weil wir brauchen das ding ja nicht kann man gar nichts damit anfangen mit der kaputten armbrust hier müssen wir unbedingt reparieren wir haben jetzt sowieso einiges zu tun wie gesagt wenn wir in der letzten folge gesagt wenn wir hier nach hause kommen und diesen trip wasser legt mich daran oder ich brauche kein wasser das hat mir nicht immer was ich brauche 27 27 prozent jahr 72 prozent das können wir wiederholen wir konnten nämlich jetzt auch gerade wieder mal bedeutungspfeile machen herstellung sollen wir gerade nicht alle ich drücke jetzt einfach mal ein paar mal drauf okay noch mal kommt das ist gut dann müsste der rex ja jetzt eigentlich schon fast stehen obwohl er hier hat ja zuerst gelegen und dann haben wir ja den rechts gelegt das heißt eigentlich er zwar wir haben später futter gegeben aber der holt das ja alles nach quasi alles was er in der zeit männer schläft verliert also steigt sein hunger der rex wird rex steht er steht rexi ich hab hunger wir brauchen futter warte mal ich mach mal noch kurz was gucken strukturen kochen lagerfeuer fehlt uns feuerstein ok da haben wir wirklich alle feuersteine wieder verbraucht nicht schlimm einmal lagerfeuer herstellen dass wir uns auch unterwegs vielleicht mal was essen machen können komm her ja großer junge ist bist du überhaupt ein junge natürlich dürft ihr wieder dem rex einen namen geben liebe freunde es ist ein männlicher rex und ja ihr dürft den benennen wenn er das möchtet das ist ein pracht kerl ist ein pracht kerl aber neben bayern rex gezähmt mit seinem napoleon ärmschen präsentiert er sich aber ganz gut ne ich habe ziemlich viel zeug dabei rex kannst du mir vielleicht was abnehmen fühle mich ein bisschen überladen und möchte nicht so viel tragen ja du hast doch ein bisschen platz ne traglast 500 ja dann geht was endlich mal ein dino der was packt hier hier ist noch ein bisschen metall kriegst auch noch ein bisschen ein bisschen was wollen wir ja auch noch und jetzt darf sie jagen gehen das erste mal komm mal hol mal hol mal den gallimimus den kriegst du doch komm fress ihn mein boot jawoll braver junge ach so ein haustier hätte ich gerne im echten leben leute guck mal auch hat der fleisch daraus geholt und jetzt hat er level ab was beim rex natürlich wichtig ist nahkampf schaden ein bisschen live aber was willst du mit level 2 ja großartig noch skillen ausdauerbraucher auch spätestens wenn wir ihn reiten können ein urschrei ich weiß gar nicht ob wir den sattel schon haben irgendwo gefunden haben ich glaube nicht im weg sattel hatten wir noch keinen wo ist denn jetzt schon wieder das andere misstvieh alter ich dreh bald durch jedes mal verlaufe ich mich hier war das so weit nee da warte och man jetzt sag ich stehe aber vorher jetzt finde ich den kano nicht der war eigentlich gar nicht geplant den zu zähmen er hat mich nur angegriffen während ich in den rex zähmen wollte aber egal wir holen natürlich ein 32er kano mit ne das ist ja nicht so wo ist denn der jetzt wo war das da steht er steht er steht 47 kano leute das ist vielleicht sogar der größere erfolg weil ein 47 kano hat eben schon geiles viel hier guckt euch das an er hat noch verkrüppelter hat er überhaupt hände guck mal das was denn das alter zu schwimmen gehen oder was wir eignen sich ja nicht mal zum in der nase popeln ja egal kommt kommt jetzt ihr beiden holzköpfe der rex hat einen wendekreis wie ein panzer das ist klar wir gehen jetzt nach hause und gucken ob wir irgendwas fressen können auf dem weg dorthin ich habe schon ein paar fressen ich habe hunger rex hat genug essen dabei der hat ja selber für seine nahrung gesorgt eben indem er den galimi boah ne den terrenzino den will ich nicht das wollte ich eigentlich zähmen pronto deswegen bin ich eigentlich raus und jetzt guck mal mit was wir heimkommen wer zählt die zähne leute schreibt in die kommentare wie viele zähne ihr gezählt habt hier kurz standbild 1 2 3 4 so ist es over jetzt müsst ihr eben schreiben wie viel zähne ihr gezählt haben wer 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 der zahl am nächsten kommt er kriegt einen daumen hoch prontos alter ich will prontos was denn das die kleine snispie pachirinosaurus habe ich noch nie gezähmt wie gesagt was haut denn der ab wo auch raptor auch kam raptor ich helfe dir ja rex hat ihn getötet rex hat ihn getötet haben beide getötet gibt es jetzt level ab für euch für ihn nicht für den rex bestimmt schon ja machen wir auch direkt weil das war natürlich schon guck mal wie leichter jetzt hat komm ich gebe da meins auch noch sonst vergammelt eh obwohl das eigentlich gar nicht mal so schlimm ist das lagerfeuer lassen wir einfach mal im inventar erstmal weiß kraft guck mal hier der nächste einmal zum dessert 73 macht der kanu und 112 macht der rex ihr seht schon das ist schon unterschied aber ich glaube der kanu hat ihn getötet ja weil der kanu der macht eben nicht so viel der mensch ist jetzt gleich zwei level ab eben war kein kann auch ausdauer wie gesagt wir wollen die ja auch reiten ist jetzt eben ein bisschen blöd keine kacke noch mitholen ja ist jetzt ein bisschen blöd das war beim rex so wenig haben aber der kanu ist ja eigentlich schon recht guten wenn er jetzt noch ausdauer hat damit damit er auch oft angreifen kann der muss ja seine geschwindigkeit ausspielen also wie gesagt wenn wir ihn reiten solange wir ihn nicht reiten verliert er ja keine ausdauer das ist ein arg so die dinosaurie haben in wilder form kein ausdauer und ja imi apple hatte ich auch noch nie ne hesperonis guck mal ist das süß aua trotsel leider das war so dämlich von dir das war so dämlich von dir ich hätte ja nichts getan echt nicht warum musstest du provozieren dann machen wir mal ein bisschen so dodo krieg bevor das mist fiel hier mich haben wir eigentlich schon überlegt ob ich das auch noch zähmen soll aber ich habe jetzt gerade nichts dabei um den so eine ende wäre schon cool ich mach mal gerade die betäubungspfeile in den bogen rein wir haben ja andere möglichkeiten um uns vor gegnern zu schützen vielleicht reicht es ja vielleicht kriegen wir den gezähmt warte mal alle passiv pfeife passiv alle passiv wollte ich eigentlich pfeifen geht das nicht doch das ist wahrscheinlich so ja super watschel ende hier geblieben jetzt man greift mich an weiß nicht ins ohr läppchen ohne hier geblieben nicht abhauen jetzt kommt er wieder bis so bestimmt jetzt aber aber zeit geworden kann du hast bestimmt auch futter dabei vielleicht ist das hier sogar besser das sieht ja schon fast so aus wie so eine art prime meet er frisst ja vielleicht stellt mich ansonsten nicht angegriffen auch den kann man gar nicht so nimm einen fisch zum füttern leckt mich doch den muss man lebendig mit fisch füttern ach so das ist ja genauso wie wie den otter wisst ihr was fress den macht nicht jetzt sollte ihn fressen habe ich gesagt ach so warte mal vielleicht muss ich sie also erst neutral pfeifen ne juckt die nicht dann lassen wir ihn leben hast glück gehabt wenn du wieder zu dir kommst bist du ein freier vogel kannst du im dagobert dachs geld speicher warten auch so ein bisschen was so warte mal kriegst du noch mal dein futter zurück du hast ja gar nicht so viel wie der rex egal nachher wird ein bisschen was davon gebraten den rest könnt ihr behalten vielleicht findet ihr ja noch fast dann gucken da hinten sind noch die moshops die geben ja auch gut essen los kano rennen guck mal wie schnell der ist aber der rex ist auch nicht ja deshalb eben für seine größe der bleibt dann auch nicht weit hinten dran so rex gilt müssen wir jetzt natürlich direkt ein bisschen ausleveln damit damit die auch ein bisschen stärker sind und sich gegen größere kreaturen auch wehren können aber ein bisschen sowas fressen können sie auch einfach schmetzeln frisst er gar nicht mehr oder was doch da hinten irgendwo er könnte und kennt wieder kommen wenn jetzt was macht ihr denn da hallo hey okay und jetzt folgen wir haben sich irgendwie verpackt gab alles klar nächstes ziel der kanu ist natürlich schneller und deswegen kommt er zuerst an die donos an deswegen hat er auch das ganze vogelfleisch da dabei weil der rex kommt da ja gar nicht mit dann wenn der dodo ein bisschen auf entfernung ist so natürlich schon hat er gerade den kanu gebissen hast du den der geister der dürfte ich nicht tun außerdem seit dem ende die nach der beiste nur wenn ich sage ich habe die macht mit der macht von der master auf die agu wars ag universe das weiß ich faktisch selbst und müssen noch ein stückchen laufen ich möchte gerne in der folge noch zurückkommen cool im pappern Den Dicken den jage ich nicht, weil der ist so schnell Und frisst oft so viel Die kommt geil, oder? Oder? Warte mal, wir probieren es mal Nicht, dass mir die Dinos abhauen Schnapp den, schnapp den Ja, guck Ah, vom Kano kommt er nicht weg Der Kano ist sehr bissig Yeah Ich kommentiere das wieder wie so ein Fußball-Moderator Was ist denn gerade mit den Racks los? Was macht denn der da hinten? Ach, der jagt irgendein Sonderes, was jagt denn der? Bego Mastax, okay Diese scheiß Diebe, die könnt ihr alle gar aufpassen Das ist ein Mistviecher Ihr blöden Diebe So, mal kurz hier innehalten Bevor wir weiter reiten Äh, ja reiten Kurz aufleveln Ja, sind ja wieder zwei Löffel Nochmal hier Bissschaden hoch Nochmal Bissschaden hoch Dass er schön austeilt Bevor wir einen Sattel haben Macht das andere Andere eh keinen Sinn Bei ihm machen wir schon mal nochmal Ausdauer Weil der Hat ja schon ganz hohe Werde im Nahkampf Also Ja Bin ich momentan recht zufrieden dafür Wenn wir gesehen haben, dass wir vorher eigentlich gar nichts großartig hatten Oh, was für ein Level bist du? Weil der wehrt sich Level 20 Aber der Rex sollte den packen, oder? Äh, warum? Geht nicht Hallo? Sind die schon wieder verpackt? Nee Jetzt Komm Ja, da kann er sich gar nicht wehren Großartig Super Habt ihr gut gemacht Einmal frei Ich bin stolz auf euch Wir fressen die Insel, ja Jetzt haben wir auch ein bisschen Fleisch Wenn wir zurück sind Ah, guck mal da Moschops Ah, hol den Und das noch ein Strike Heute machen wir Blutige Fleisch Was sind das? Will der Moschops dem helfen? Nee Das hätte mich auch gewundert Holt euch den nächsten Hier denn? Komm Auf in den Kampf Oh, oh, oh Der Rex muss helfen Ja Wo ist Rex Hilf Jawohl Aber sehr schön 29 Hat da auch Platz gemacht Das ist schon mal sehr gut Wie sieht es euch gesundheitstechnisch aus? Ach Noch Weltklasse Perfekt Kriegst nochmal ein Level auf Ausdauer Und Rex Du bist bestimmt auch wieder Level ab, oder? Nee, gar nicht Oh Fehlt noch ein bisschen Ist aber okay Haben wir ihn ja schon ein paar Level hochgedrückt Ah, Hofiraptor lassen wir jetzt mal Jetzt sind wir gleich zu Hause Vom Rex Was ist jetzt los? Achso, ich dachte, der jagt den Moschops Okay Komm, auf nach Hause Ich zeige euch euer Neues Zuhause Was war das gerade? Dann können wir nämlich die Folge wieder beenden So Da ist euer Neues zu Hause, liebe Freunde Was ist denn das? Lootet der Stego Er ist alles okay? Ja, ist alles okay Er hat nur so ausgesehen Okay Oh, da oben ist ein Roter Den holen wir noch mit Noch mal ein bisschen Kackereien werfen Ähm Das andere, glaube ich Und da müssen wir unbedingt mal die Dinos dort Oh, ist egal in welches Ist überall nichts drin Okay Das ist egal Da kümmern wir uns später drum Was ist mit der Live-Schildgröde? Wie sieht's aus? Zwei Live nochmal dabei So, hier Kriegst du auch noch was zu futtern hier Dass ich's nicht mit mal rumtragen muss Oh, guck Grinst der so böse So Alle anhalten Und alle neutral Sehr schön Damit ihr da alle Bescheid wisst mal, ne? Boah, den sieht man auch so von Weitem Jetzt sehen wir uns gut Base Jetzt haben wir den Leuchtturm Den lebenden Leuchtturm Also ihr dürft natürlich nicht nur dem Rex Namen geben Sondern auch dem Kanu Ist ja klar Wenn Euch was Gutes einfällt Und ihr Lust drauf habt Dann könnt ihr das natürlich tun So, die Folge war jetzt auch wieder ein bisschen länger Aber dafür auch sehr erfolgreich Und Was haben wir denn hier? Das kenn ich ja gar nicht Achso, ein Small Boat That is faster than a traditional raft Also schneller als ein traditionelles Raft Geil Brauchen wir auch nicht mehr zu lernen Kaposukus-Baddel Bauplan Okay Das werde ich mal alles Offscreen sortieren An dieser Stelle Bedanke ich mich natürlich fürs Zuschauen Hoffe ihr hattet wieder Spaß Und Habt ein paar tolle Namen Für die Dinos Ein nettes Kommentar Also wie gesagt Schreibt in die Kommentare Wie viele Zähne ihr gezählt habt Oder sonst irgendwas Und Hoffentlich dann bis zum nächsten Mal In der nächsten Folge Ark Survival Evolved Mit der Primitive Plus Mod Und eurem Spooky VF Bis dahin Bye 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 Woohoo Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.